Hallo, ich bin Sigfried König von König Holz & Harz. Ihr seid heute hier bei mir zu Gast in Muggelsturm. Ich zeige euch anhand von diesem Beispiel mal ganz kurz und knackig, warum ich vor jeder Körnung und immer den Schleifgrund verwende, warum er seine Daseinsberechtigung hat. Ihr seht anhand von der Abtragleistung, dass diese sich auch erhöht, nur durch den Schleifgrund. Das heißt, wir schleifen einmal kurz die erste Schicht ohne. Wir reiben danach den Schleifgrund auf und ihr seht dann anhand der Abtragleistung, wie diese zunimmt, was euch natürlich die Schleife dann auch noch mal ein bisschen erleichtert. So, ich denke, das reicht schon, um zu zeigen, wie jetzt gleich die ganze Abtragsleichtung nochmal zunehmen. Das war jetzt übrigens Körnung 180 und wir bleiben auch genau bei der Körnung. Ihr könnt den Schleifgrund natürlich auch bei laufender Maschine auftragen. Nur bitte nicht zu stark drücken, weil sonst kann sich auch hier der Schellack natürlich auf der Oberfläche anhafte. Dann braucht ihr zu viel Material, um wieder runterzuschleifen. Ganz dünn, das reicht schon. Ich denke, ihr habt anhand von dem Beispiel schon gut gesehen. Wie enorm die Abtragleistung von dem Papier Zugnummer hat und wie schnell ihr dann einfach mit dem Schliff der jeweiligen Körnung durch seid. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, nächstes Video, wie man den Stab fertig machen und was für einen Finish das wir anwenden, findet ihr hier oben im Video Link. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.